Heyo zusammen und herzlich willkommen! Wieder aus einer etwas anderen Perspektive, aber im Moment muss ich das leider so regeln, weil mein PC mich immer noch hasst. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert, aber wir werden das, denke ich, schon hinkriegen. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Mich persönlich noch nicht, aber wird sich zeigen, wie lange das noch hält. Ich begrüße euch zu einem relativ spontanen Video und zwar hat das auch einen bestimmten Grund, den ihr wahrscheinlich dem Titel schon entnehmen könnt. Pottermore hat aktuell ein ziemlich großes Ding gerissen und zwar in Form eines Casting-Aufrufs. Pottermore hat dazu aufgerufen, dass man sich zu einem Casting bewerben kann, das zu Fantastic Beasts 2 gehört. Man kann sich dafür bewerben, die jungen Newt Scamander und Lita Lestrange zu spielen, also die quasi im Alter von 13 bis 18. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob damit jetzt gemeint ist, dass man selbst 13 bis 18 sein muss oder dass die Schauspieler bzw. die Rollen irgendwo zwischen dem Alter von 13 und 18 liegen. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass die Rollen damit gemeint sind und nicht die Schauspieler. Denn wenn man sich überlegt, die Maulnde Myrte ist von einer knapp 40-jährigen gespielt worden und ist als Schülerin durchgegangen. Also eigentlich glaube ich nicht, dass die damit das Schauspieleralter meinen. Was ich nur ein bisschen seltsam finde, um mal ganz ehrlich zu sein, ist, dass sich jetzt sämtliche Potterheads dazu bewerben. Ich meine, gut, sie schreiben extra rein, man braucht keine extra schauspielerische Ausbildung, man braucht keine schauspielerische Vorerfahrung und kann sich eigentlich, jeder kann sich dazu bewerben. Finde ich ziemlich genial. Ich persönlich war auch kurz geneigt, mich dazu bewerben. Das Problem ist nur, ich fühle mich dazu nicht imstande, einen Schauspielerin in einem englischsprachigen Film zu sein und tatsächlich auch jemanden so darzustellen. Ich liebe das Schauspiel. Eigentlich fand ich das immer total interessant, auch weil ich früher selber Theater gespielt habe. Ich habe von der Schule aus, bin ich in der Theater AG gewesen und habe mich später auch noch furchtbar dafür interessiert, habe unheimlich, ich lese auch heute noch unheimlich gerne Dramen bzw. Bücher in Drehbuchform sozusagen und muss zugeben, dass das alles wirklich seinen gewissen Reiz hat. Aber mal abgesehen davon, dass ich 27 bin und ich weiß nicht, ob ich jetzt als 16 bis 18 jährige durchgehen würde, würde ich mich einfach glaube ich nicht dazu in der Lage fühlen. Und jeder, wirklich jeder in den Gruppen auf Facebook ist jetzt gerade dabei, sich zu bewerben. Wo einige auch wirklich bewusst drunter schreiben, ich bewerbe mich nur aus Spaß, um sagen zu können, ich habe mich mal für einen Harry Potter Film beworben. Die armen Menschen, die diese ganzen Bewerbungen durchgehen müssen. Ich meine, okay, ich lasse euch gerne euren Spaß, aber ich finde das so ein klitzekleines bisschen unfair den Leuten gegenüber, die wirklich diese Bewerbungen ernsthaft durcharbeiten und nach jemandem suchen, der auf diese Rolle passt. Ist jetzt meine Meinung. Also das ist auch genau das, weshalb ich dieses Video machen wollte. Ich wollte gerne mal so ein bisschen Aufruf starten. Was sagt ihr dazu? Wie steht ihr zu dem Thema? Es tut mir leid, wenn es immer so ein bisschen wackelt, aber es ist halt mein Badge. Es tut mir leid. Wie steht ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch selbst bewerben? Weil wenn nicht, warum nicht? Und das sind so die Fragen, die mir im Moment durch den Kopf schwirren. Ich habe tatsächlich mir das Ganze mal angeschaut und man muss irgendwie ein paar Angaben dahin schicken, wie Geburtsdatum, Adresse, Name natürlich und ein Lichtbild. Im besten Fall eins, das irgendwann in den letzten zwei Monaten entstanden ist, das halt auch relativ aktuell ist dementsprechend. Und da habe ich aber auch schon gemerkt, dass einige das, was auf Pottermore geschrieben steht, weil es halt auch auf Englisch da steht, nicht verstanden haben. Da stand, irgendwer, der versucht hatte, das, was auf Pottermore steht, zu übersetzen, hatte dann geschrieben, man braucht ein Lichtbild zum Beispiel eins der letzten zwei Monate. Ist falsch. Es muss eins der letzten zwei Monate sein, weil die brauchen ja euer aktuelles Aussehen. Wenn ihr jetzt ein Bild von vor drei Jahren dahin schickt, dann wird denen das nichts bringen. Wenn die euch dann zum Castig rufen und sie sehen, dass ihr vollkommen anders ausseht, denken die sich auch so, jo, kann's mal wieder gehen. Okay. So, irgendwie. Das ist halt auch schon das Problem, dass einige einfach diese englischen Sätze nicht richtig verstehen. Und wie bitte wollt ihr dann in dem Film mitspielen, der halt komplett auf Englisch gedreht wird? So. Ich werde einfach nicht wirklich schlau daraus. Ich meine, ich kann den Hype verstehen. Ich kann es vollkommen verstehen, dass jetzt jeder wirklich komplett geflasht ist und in diesem Film mitspielen will. Ich selber hätte auch überhaupt nichts dagegen, in diesem Film mitspielen. Auch wenn ich keine Ahnung hätte, wie ich das anstellen soll, weil irgendwann zwischen August und November diesen Jahres wird gedreht und da müsste man dann verfügbar sein. Kann ich mit meinem Vollzeitjob auch überhaupt nicht. Finde ich tatsächlich schade. Aber wer weiß, vielleicht würde ich ja Sonderurlaub kriegen, wenn ich sage, ich spiele in einem Film mit. Nein. Gut. Jedenfalls wollte ich das einfach nochmal losgeworden sein, weil ich das einfach, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen absurd finde, dass da jetzt jeder einfach seine Bewerbung hinschickt. Auch unter der Prämisse mit, ich will mich einfach beworben haben. Gut, einige schreiben dann, ich würde es mir nicht verzeihen können, wenn ich es nicht wenigstens versucht hätte. Aber die wollen ja mit Sicherheit auch so ein gewisses... die grenzen ja ein. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt jeden einfach nehmen würden, glaube ich. Das fände ich ein bisschen schade, dass... die hätten ruhig noch ein paar mehr Kriterien hinschreiben können, wer sich dann alles bewerben soll. Beziehungsweise was Aussehenskriterien zum Beispiel sind. Ich meine, mit Maskenbildnerei und so ein Kram kriegt man natürlich alles heutzutage hin. Aber das wäre, glaube ich, noch ganz interessant gewesen, herauszufinden, was genau für einen Typ Mensch suchen die da eigentlich. Und ansonsten, ähm... ja gut, dann hätten sie vielleicht auch das Problem umgangen, dass die jetzt 50.000 Bewerbungen mehr... wahrscheinlich kriegen die mehrere hunderttausend Bewerbungen jetzt von allen möglichen Menschen in Deutschland und den USA nicht. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Man muss britisch, irisch oder europäisch sein, um sich da überhaupt bewerben zu können. Also man muss quasi auch eine Erlaubnis dazu besitzen, dass man in den Vereinigten... im Vereinigten Königreich in der UK arbeiten darf. Kommt ja noch dazu. Joa, gut, jetzt habe ich mich viel zu lange darüber ausgelassen. Wollte ich eigentlich gar nicht und ich glaube, ich werde das auch relativ flott jetzt hochladen. Bin mal gespannt, was die da zu meiner Diskussion noch hinzugefügt haben. Und ansonsten, wie gesagt, eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Mich würde das sehr, sehr interessieren. Ich persönlich werde es wahrscheinlich nicht versuchen. Einfach weil... Theater gerne, Schauspiel vielleicht auch irgendwann, aber nicht auf diese Art und Weise. Naja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt ein sehr kurzes, sehr spontanes Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!